Einen schönen guten Tag. Heute ist der 23. Mai und heute heißt es herzlichen Glückwunsch zu sagen. Und zwar zu unserem Grundgesetz. Das wird heute nämlich 68 Jahre alt. Was damals 49 eigentlich nur als Provisorium vorgesehen war, das hält jetzt schon sehr sehr lange und das regelt unser Zusammenleben. Und ich finde, es wird in Zeiten auch von politischen schwierigeren Zeiten, auch teilweise erstarken von Parteien am rechten Rand, umso wichtiger. Und 60 Mal ist es seit dieser Zeit modifiziert worden und auch durch Rechtsprechung hat es geregelt, wie unser Leben denn wirklich aussieht und wie wir zusammenleben. Für mich ist ein Satz des Grundgesetzes der allerwichtigste. Das ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Insofern Happy Birthday Grundgesetz und für euch einen schönen Tag noch.